Ein sehr schöner Spaziergang ist über den Weinbergkogel zum Durweiz hinauf, der Wanderweg 8 zum Beispiel. Ein alternativer Spaziergang ist am Fuße des Sittersdorferbergs entlang, der ist ein bisschen ausführlicher, führt hinüber bis zum Sagerberg, ist durchwegs im Wald, es gibt einen sehr schönen Weg, der teilweise in die Gemeinde Eberndorf geht, das ist Richtung Sablatnigmoor, auch durchwegs bewaldet und hinauf bis zum Hämmerberg, nur Wald.